Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um Jenseitskontakte und wie so der Ablauf ist, wenn du zu mir kommst und so einen Kontakt wahrnimmst. Was erwartet dich? Ich bin Jenseitsmedium aus Leidenschaft und wenn du einen Jenseitskontakt bei mir machen möchtest, wahrnehmen möchtest, dann schreibe mir unter info at kraftort-seelenherz.de oder geh direkt auf meine Homepage kraftort-seelenherz.de. Im Moment hast du drei Möglichkeiten, diesen Kontakt wahrzunehmen. Solange bis wir uns wieder vor Ort sehen können, hast du die Möglichkeit, diesen online wahrzunehmen als Videochat. Du kannst mich anrufen, wir können das telefonisch machen, es entstehen dir keine weiteren Kosten und in Ausnahmefällen geht das auch schriftlich. Wenn du online buchst, erhältst du von mir Zugangsdaten, mit denen kannst du dich einloggen. Die Anwendung ist ganz einfach, du wirst da durchgeleitet. Das geht auch relativ schnell. Solltest du den telefonischen Kontakt wählen, dann erhältst du meine Festnetznummer, auf der erreichst du mich zum vereinbarten Termin und wie gesagt, dir entstehen keine weiteren Kosten. Die schriftliche Variante ist ausschließlich für Menschen vorgesehen, die eine Gehörschwäche haben oder gehörlos sind und eben diese Kontakte über Audio gar nicht wahrnehmen können. Ja, also teile mir das dann einfach mit, buche einen schriftlichen Termin. Bitte nur, wenn du auch da hineinpasst. Ansonsten ist es einfach viel angenehmer für dich über, ja am allerbesten über Videochat. Zuerst kontaktierst du mich also über meine Homepage, schickst mir eine E-Mail oder kontaktierst mich über den Facebook Messenger, wenn das deine Wahl ist. Dann werden wir einen Termin vereinbaren, der für uns beide passt und nach Zahlungseingang erhältst du entweder deine Logindaten oder meine Telefonnummer. Warum Vorkasse? Ganz einfach. Es hat einfach damit was zu tun, dass ich weiß, wenn du den Kontakt bezahlt hast, wird er auch wirklich stattfinden. Du wirst da sein zum vereinbarten Termin und das ist einfach wichtig für mich. Zum einen ist es vorgekommen, dass Termine gebucht wurden und dann nicht wahrgenommen werden, ja was gar nicht geht. Ich bereite mich mit der geistigen Welt vorab schon für deinen Termin vor. Das heißt, die geistige Welt arbeite drüben auf der anderen Seite schon für uns, um dies hier möglich zu machen und deine Lieben stehen bereit. Und dann kommt derjenige nicht. Das geht gar nicht, ja. So, daher ist es einfach wichtig, Vorkasse zu wählen. Ich weiß, wir sehen uns. Ich kann mich ganz beruhigt vorbereiten. Der Termin wird stattfinden. Und genau zu deiner Sicherheit gibt es noch die Geld-Zurück-Garantie. Sollte ein Kontakt mal nicht funktionieren, warum auch immer, das stellt sich in den ersten 15 bis 20 Minuten raus. Solltest du den Kontakt, den ich da habe, nicht nehmen können für dich, nicht verstehen können, dann erhältst du dein Geld zurück. Das ist deine Sicherheit. Okay, dann sehen wir uns nun zum Termin oder hören uns. Dann erkläre ich dir ganz kurz, wie ich arbeite und was jetzt wichtig ist. Zuerst sollst du wissen, es kann immer sein, dass mehrere Personen oder Tiere kommen, je nachdem, was du gebucht hast oder was die geistige Welt dir so bringen möchte, ja. Und solange es im zeitlichen Rahmen ist, werde ich auch alle Kontakte dir darlegen, die die geistige Welt bereitsteht. Das ist einfach meine Aufgabe und dem gehe ich auch nach. Zeitliche Grenze heißt oder im zeitlichen Rahmen heißt einfach, wenn danach kein Termin ansteht, habe ich mehr Zeit, als wenn beispielsweise nach anderthalb Stunden neuer Termin ansteht. Das verstehst du sicherlich. Das heißt, darauf, ja, da muss man mal so ein bisschen gucken dann. Aber prinzipiell lasse ich, sage ich mal, alles durch, was da so für dich kommt. Und dann ist es so, dass die geistige Welt gibt mir Gefühle ein, sie gibt mir Bilder ein. Also ich bekomme Emotionen. Wie war der Mensch? Wo hat er gelebt? Wie war die Todesursache? Vielleicht, was hat der Mensch gearbeitet? Oder was waren seine Hobbys? Ja, und dann ist es auch wichtig, ja, zu wissen, dass ich diese, dass ich das eben als Bilder und Gefühle bekomme und für dich in Sätze ummodelliere sozusagen, dass du verstehst, was will derjenige jetzt eigentlich sagen. Also wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel deine Mama, mal ganz egal, ob die noch lebt oder sich schon im Jenseits befindet, ja, einfach nur als Beispiel. Deine Mama zeigt mir Blum. So, dann schaue ich, was will sie mir damit sagen. Dann wird sie vielleicht mir zeigen, dass, dass sie gut riechen, dass sie an sie gerochen hat, dass sie Blumen mochte. Und dann geht sie einen Step weiter und zeigt mir, dass sie damit gearbeitet hat. Ich sehe vielleicht, wie sie mit Messer Blumen schneidet, ja. Dann kommt vielleicht wieder ein Gefühl von Krach in der Umgebung und ich höre viele Menschen und eventuell gehe ich davon aus, dass sie das vielleicht sogar beruflich gemacht hat, weil ich das Gefühl habe, da kommen Kunden. Ich habe das Gefühl, sie kommuniziert mit Menschen, während sie diese Blumen schneidet, ja. Oder ich höre eine Kommunikation, während sie diese Blumen schneidet oder vielleicht einen Strauß erstellt oder Gestecke oder was auch immer sie mir da zeigt, ja. Oder aber sie geht in eine ganz andere Richtung, dass ich das Gefühl habe, es ist sehr ruhig um mich herum, um mich herum. Es ist sonnig, es ist, ich höre Vögel zwitschern, ja. Ich befinde mich vielleicht im Garten. Da sehe ich dann vielleicht noch eine Wiese oder sie zeigt mir, ja, halt eben vereinzelte Bilder. Sie zeigt mir eine Wiese, sie zeigt mir die Blumen, sie lässt mich Vögel hören und ich mache daraus einen Satz. Vielleicht kannst du das so ein bisschen besser verstehen. Es ist also nicht so, dass jemand neben mir steht und mir die ganze Zeit die ganzen Dinge erzählt. Das kommt auch vor, aber im Großen und Ganzen ist das eher so das erste Beispiel, die Mehrheit. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass es auch sein kann, dass man ein bisschen daneben liegt und sagt, das könnte ihr Beruf gewesen sein und und du sagst, nee, das kann ich als Beruf nicht verstehen, aber die hat das gemeinnützig gemacht oder ja, als Hobby gemacht und ab und zu kamen die Nachbarn und haben auch bei ihr dann mal einen Hochzeitstrauß oder einen Geburtstagsstrauß abgeholt. Ja, dann hat sie das vielleicht privat als Hobby gemacht, aber da kam ja sowas wie Kundschaft. Ja, sowas in der Art. Also, so kann es ablaufen. Prinzipiell sollte die Mehrheit im Kontakt aber für dich stimmen. Das ist sehr wichtig, dass wirklich so, sage ich mal, 80 Prozent der Wahrheit entspricht. Ziemlich genau oder ganz genau. Und warum ist die Beweislage nun so wichtig? Gut, zum einen, wie ich schon sagte, dass du weißt, hier geht es seriös ab. Das funktioniert. Und zum anderen will dir die geistige Welt natürlich zeigen, sie sind da und sie sind immer noch da. Und sie wollen dir zeigen, dass sie alles mitbekommen, was so in der letzten Zeit ist und was aktuell ist. Das heißt, sie werden da auch Dinge zeigen aus deinem Leben, die du gerade, ja, in denen du gerade steckst oder die du gerade vollziehst. Und dazu werden sie auch in den meisten Fällen die Chance nutzen und dir etwas dazu sagen wollen, ja, dich unterstützen wollen mit Botschaften. Was steckt dahinter, hinter der Bedeutung eines Jenseitskontakts? Natürlich will die geistige Welt dir zeigen, dass sie noch da sind, dass sie an deiner Seite ist. Sie werden es auch fühlbar für dich machen, wenn möglich, wenn sie zu dir durchdringen können. Dann kannst du wahrnehmen, wie sich das anfühlt, wenn sie bei dir sind. Und oft hast du solche Gefühle schon. Du weißt es aber vielleicht nur noch nicht. Oder du bist dir unsicher, ob das jetzt wirklich von deiner Mama beispielsweise kommt. Und da werden sie dir ein Stück weit Sicherheit geben wollen, wenn es denn so der Fall bei dir ist, um dich bei deinen aktuellen Prozessen zu unterstützen. Dann wollen sie natürlich den Hinterbliebenen Mut machen, seine Wege oder ihre Wege weiterzugehen, ja. Sie wollen dich stärken, dass du wirklich mit mehr Kraft jetzt weitergehen kannst. Dafür sind diese Kontakte auch da, um dass du Hoffnung fühlen kannst. Oder zum Beispiel auch, manchmal ist man im Streit auseinandergegangen, ja. Und dass man diese Sachen noch klären kann, wenn es da was zu klären gibt. Oder andere Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, dass man da mal drüber reden kann, dass man sich aussprechen kann, dass man hören kann, was hat der Verstorbene jetzt dazu noch zu sagen. Dafür bin ich da. Das ist, was es ist, ja. Dir das so rüberzubringen. Und dass dir das zu ermöglichen oder euch zu ermöglichen, eine Zusammenkunft zu schaffen auf einer sehr liebevollen, harmonischen Ebene. Und das ist es immer. Es ist immer liebevoll und harmonisch. Niemand da drüben ist dir noch wegen irgendetwas sauer oder hat Wut im Bauch oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Wenn wir in die geistige Welt wechseln, ist es so, dass all diese, ich nenne sie jetzt mal negativen Dinge, die wir als negativ empfinden, abfallen von uns. Und wir in die Reue gehen. Wir nur noch Liebe empfinden. Und ja, zu Lebzeiten waren wir dieser Mensch. Aber im Jenseits sind wir wieder bedingungslose Liebe. Denn wir tauchen in das Meer der bedingungslosen Liebe wieder ein. Wir sind zu Hause und wir leben diese bedingungslose Liebe. Wir können gar nicht anders aus dem Jenseits heraus. Und daher ist es einfach so, dass niemand, der sauer sein wird, dass es keine Wut gibt, dass es solche Emotionen nicht geben wird und sie diese auch nicht vermitteln werden. Ganz im Gegenteil. Sie wollen Streit schlichten. Und für was kann ein Jenseitskontakt noch gut sein? Vielleicht möchtest du über ein Medium etwas an deine Verstorbenen weiterleiten. Das kannst du natürlich in der Sitzung tun. Was du aber auch tun kannst, ist es jederzeit alleine zu Hause zu machen oder wo auch immer du gerade bist, in Gedanken oder laut auszusprechen, was für dich schöner ist. Sie können dich hören. Sie können deine Gedanken wahrnehmen. Wenn du in Gedanken sagst, Mama, was da passiert ist, es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte es anders machen können. Aber ich konnte es nicht. Dann wird sie das hören. Und du wirst fühlen, dass sie es fühlt. Denn es werden Emotionen in dir aufsteigen. Und das ist einfach die geistige Welt, die das fühlbar macht, die sich zeigt. Das kannst du machen. Du kannst es natürlich aber auch über ein Medium machen, was dann zu deinen Verstorbenen spricht. Aber in dem Moment, wo du es dem Medium sagst, hört es die oder der Verstorbene ja schon. Und was dann aber passiert, wenn du es beim Medium machst, ist eben, das Medium kann dir eine Reaktion darauf geben. Das Medium kann gucken, wie, was möchte die Mama jetzt dazu sagen, ja, und kann das eben aussprechen, kann das wiedergeben. Und das kann dementsprechend heilsam für dich sein. Manchmal ist es möglich, auch Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie andere arbeiten. Ich kann jetzt nur von meiner Arbeit sprechen und von meinen Erfahrungswerten sprechen. Bei mir hast du die Möglichkeit, wenn es die geistige Welt zulässt, ich habe da keinen Einfluss drauf, an den Verstorbenen oder an die Verstorbene Fragen zu stellen. Entweder direkt und ich lasse die Verstorbene durch mich sprechen, was ein sehr schöner, emotionaler, feinfühliger, sanfter Vorgang ist. Oder aber ich schaue, was will die Verstorbene dir denn jetzt darauf sagen und teile dir das eben so mit. In jedem Fall erhältst du Botschaften, die dein Herz erwärmen, die dich stärken werden, die dir Mut machen, weiterzugehen. Und wenn du jetzt das Bedürfnis hast auf einen Jenseitskontakt, dann schreibe mir unter info at kraftort-seelenherz.de oder gehe auf meine Homepage kraftort-seelenherz.de. Dort findest du auch ganz oben einen Button, da kannst du direkt draufklicken und dir nochmal ein bisschen was durchlesen und mir dann eine Nachricht darüber schicken. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ganz egal, ob du jemals bei mir einen Kontakt buchst oder etwas anderes bei mir buchst, ob du mein Kunde wirst oder nicht. Ich wünsche dir für deine Lebenslaufbahn, für deinen Lebensweg von Herzen alles, alles Gute. Bis bald.